Und mal 1-2 Runden hier und wir wollen 10 Linien hier los, na wirst du wohl mit deinem Ding da. Los. Mal gucken ob er flippt hier. Achte. Oh, 44. das kriegen wir da hin oder rot jawoll wundern wie prima da noch mehr zu holen ist Kirschen in die ganze stecken lassen und hab ich gesagt die war leider nicht sehr Kirschen lastig bleiben wir noch ein bisschen bei rot ach man die Ede noch flicks und zugenäht ok ich würde sagen wir wechseln eine Runde und wir gönnen uns mal heute hier eine Runde mal gucken was bringt hier mal die Actiongames zusammen dann brauchen wir nicht mal den grünen Fatzke da das ist ja nun wo der schlecht ist aber da haben kann mann jetzt ist aber genug da ein paar mehr ist da nicht wahr wir wollen so zaron nicht dein ernst die letzte chance ok er hat sie nicht genutzt spiel wechseln und wir drehen mal hier runter das grüne vorbei schon vorbei nicht gerade die beste position schon leicht dass er aber unerwichtig was wir sehen wollen so wenig grün hier da kannst du behalten klingt ja bei 25 Dollar hier vernischt ich rufe mich aber jetzt hier nicht vom Hocker gleich 100 Euro schon gefressen das trinkt nichts jetzt waren er 140 los was nehmen wir denn das war die falsche mann ne nicht drüber da kommt noch ein Chicken ich würde sagen wir schauen mal eine Runde weiter und es gibt mal wieder eine kleine Runde Golden Gate los gehts 2 Euro ein paar Runden schenke ich euch da waren noch keine 140 du aber jawoll jawoll nicht schlecht Herr Spicht es klingelt es klingelt kriegen wir jetzt nochmal hin rot oder schwarz tja wenn es mal so einfach wäre es war gut ha los jetzt landen wir aber noch hin jawoll jawoll geil ja was denn da kannst du schon mal ein bisschen buchen jetzt mal 3 3 über zarte 4 und 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 oh nein nein ich würde sagen wir wechseln oder ja machen wir und heute gibt es mal eine Runde black hole feuerfrei ein paar kröten schon vernichtet wieder von 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 appointed darin schon er he sich Untertitelung des ZDF für funk, 2017 57 Gucken ob wir einen Ticken mehr kriegen Dann haben wir so 20 Jawoll, macht da! Boah echt jetzt! So viele Zahlen verschluckt! Mann! Geil! Kommt ja ziemlich auf den Vieh! Da ist nischt! Ja, davon nehmen wir mehr! Boah! Übel! Gut! Dann wechseln wir nochmal das Spiel! Abziehen lassen wir uns ja hier nicht! Und wir schauen mal hier eine Runde rein! Nein! Night of Power! Was kommt? Schleuder eine Runde! Ja! 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 2.30 Dann können wir doch mal auf 2 Euro drehen! Ja! 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 Schmeiß Kopf! Ich schmeiße nochmal eine Runde! Ich habe mir irgendwie anders vorgestellt! Das ist gut. die lust schon verlassen ok wird auch nicht besser dann sind wir wohl schon wieder hier unten angekommen die man nicht, ach auf 60 gibt es noch eine da rastet er aus, 27, los jetzt auf 300, komm nö, mach doch nicht ach, guck an, Glöckchen, geil frutinator duo, pack 5 Glocken aus, geil schönes Ding das kannst du ruhig öfter bringen jawoll, da regnen jetzt Talerchen sehr schön und eine kleine Runde Trouble Flame, los 12er komm, es ist kalt, mach Feuer los, Glöckchen 30 bleiben wir noch ein bisschen bei schwarz jawoll 14 40 ho nun noch ein bisschen Flamma, ne keine zweite Ah, das ist der Wexler, der die Farmer Doch keine Zwete, was soll denn das, Mensch, dann haben wir ihn noch gesehen, Spielwechsel.